Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Mittwoch vor der UNO-Generalversammlung in New York an die Weltgemeinschaft appelliert, sich angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Seite der Ukraine zu stellen. Wenn die Nationen geeint gegen den Aggressor auftreten, dann werde dies den Frieden bringen, sagte Zelensky. Vor der UNO-Sitzung in New York hatte Zelensky betont, dass der Krieg nicht durch Gespräche beendet werden könne, Russland müsse hingegen zu einem Frieden gezwungen werden. Russland fordert von der Ukraine unter anderem die Abtretung von Gebieten sowie den Verzicht auf einen NATO-Beitritt. Der ukrainische Präsident wirbt bei seinem mehrtägigen Besuch in den USA bei den westlichen Verbündeten um weitere Unterstützung für sein Land, das sich seit mehr als zweieinhalb Jahren im Krieg mit Russland befindet. Am Donnerstag wird Zelensky nach Washington weiterreisen, wo er sich mit US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris treffen wird.